Hey Freunde, guten Tag, hallo, hallo. Ich mach grad das Haus, das Ding für den dummen Kopp. Der ist ja im Urlaub grad, nicht? Ne, gerade mal mit dem freien Urlaub fahren, hab ich mich da gelassen. Aber ich bin auch ein Guter und deswegen kümmere ich mich drum. Wenn ich gebetet werde, muss ich das Haus auch so passen. Ich hab so ein Licht von ihm bekommen und da stehen ein paar Sachen drauf. Zum Beispiel Küche machen. Gut. Küche mache ich eigentlich ganz gern, da kenne ich mich gut aus. Scheiße. Das Weitere sollte ich mich um die Pflanze kümmern. Okay. Was war Pflanze? Wo? Pflanze, Käse. Oh ne, Scheiße. So wichtig kann Pflanze auch nicht sein. Im Wohnzimmer folgendes, die Pflanze füttern. Gut, sauber machen, okay. Dem Harz keine Waffe geben. Hä? Oh Scheiße. Kazi, erschließt mich jetzt, Hazi. Hallo, Hazi, hörst du? Zerschließen, bitte. Danke. Leg einfach die Waffe weg, Kazi. Kazi, gib dir her. Jetzt hab ich sie. Voll ein. Und das war's jetzt mit der Waffe. Das spiel ich nicht mehr heute. Hazi, so Waffe ist gefährlich. Wer ich tue das? Damit kann man was kaputt machen, auch Leute. Okay? Gut, ich verzei dir. Ist in Ordnung. Gut. Aber in Zukunft mach ich das nicht. Das ist super gefährlich. Gerade in so Hasehänden wie von dir. Die können sich nicht auskennen. Ach, das ist die Sicherung. Ach, das ist so tragisch. Ich sag ihm einfach, das Loch in der Wand war schon. Ich muss es halt einfach umbalken schiefen, die ich war. Was fehlt noch? Ich soll ein Tamagonschie füttern. Oh, nee. Ich muss auf sein Haus aufpassen, während sich der erdestramme Max macht, so im Urlaub. Wisst ihr, wo ich denn Urlaub gehe? Auf Balkon hier. Verstehe ich doch meinen Balkon. Der Herr Babler hockt irgendwo am Strand. Vielleicht sogar so nackt Ding. Strand. Und guckt sich doch schon um. Und ich muss auf den Balkon hier gehen. Wenn ich wieder gerne nackt sein will, auf den Balkon hier. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Wir wohnen in der Stadt. Im Erdgeschoss. Das ist einfach nicht so schön. Ich hätte gerne so Hotelfeeling. Wenn ich bei uns die Wettwäsche einfach in der Gang schweiße. Draußen in der Flur. Ist die weg. Oder voll g'schiss. Na ja, komm ist jetzt egal. Genug aufgeregt. Ich hoffe, euch hat das gerade mal gefallen. Ich nehm das alles auf, dumme Babler, wenn du mich hörst. Ich glaub da hat doch nen Babyfone versteckt irgendwo. Da soll Kamera ran. Guckt mir zu. Hey. Deswegen nehm ich jetzt darauf, dass ihr gerade mal weiß, was da passiert. Dass ich nämlich gar nix, fast nix kaputt gemacht hab. Und ihr seid Zeuge. Und wenn euch das gefallen hat, geht mal ein Daumen nach oben. Wenn der Videos hochliegt von seinem Urlaub. Macht runter die Daumen. Macht's doch runter. Dann bis ihr gerade mal merkt, wo das Wattel der Mosch holt. Na gut, gut. Alle hochgelben machen's gut. Ciao.